Sprachgefühl In der heutigen Mini-Vorlesung geht es um Sprachgefühl und wie man es durch richtiges Üben entwickeln kann. Kennen Sie das auch? Ich sehe ein Wort und weiß sofort, dass es falsch geschrieben ist. Ich höre ein Wort oder einen Ausdruck, den ich irgendwie kenne, aber gerade fällt mir die Bedeutung nicht ein. Sie unterscheiden richtig oder falsch beim Sprechen und hören besonders oft nach Gefühl. Es kommt Ihnen vielleicht merkwürdig vor, gerade beim Thema Grammatik mit Gefühlen zu beginnen, aber so wie Kinder in ihrer ersten Sprache komplette Regelsysteme völlig ohne Regelkenntnis korrekt anzuwenden lernen, so lernen wir auch beim Erwerb zweiter und dritter Sprachen viele Wörter und Wendungen und den korrekten Sprachgebrauch nebenbei ohne den Umweg über die Grammatikregel. Das passiert öfters, als man meint. Weil es aber ein weitgehend unbewusster Prozess ist, unterschätzen wir oft seine Reichweite und seine Effektivität. Das Ergebnis ist aber messbar. Und das Ganze passiert auch nicht einfach zufällig. Sprachgefühl, also das Gefühl dafür, was richtig oder falsch ist, entsteht dann, wenn man etwas oft genug sieht, hört oder liest und dann selbst einfach mal ausprobiert. Dann entstehen mit der Zeit tiefe Spuren im Gedächtnis. Die Neurowissenschaftler nennen das N-Gramme. Dazu können wir in Sprachbegleitung und Unterricht durch richtige Übungsimpulse und Strategien beitragen. Ein Beispiel. Ein Fehler, den man oft auch noch bei fortgeschrittenen Lernenden hört, sind falsche Satzmuster. Zum Beispiel, wenn der Satz mit einer Zeitangabe anfängt, klingt das so. Gestern, ich war in Weimar. Sie machen diesen Fehler auch dann, wenn Sie die Regel eigentlich schon kennen. Also auf dem Niveau B1 beispielsweise. Woran liegt das? Es kann vor allem zwei Gründe haben. Es kann zum Beispiel zu tun haben mit einem Muster, das man aus dem Englischen kennt. Yesterday I was. Es kann aber auch sein, dass man sich auf die Zeitangabe konzentriert, gestern, heute, morgen, die für die Aussage selbst von Bedeutung ist und dass man dann auf die Satzbauregel hinterher gar nicht mehr so sehr achtet. Wenn man bei dieser Regel einen Fehler macht, wird man ja trotzdem verstanden. Um das zu verhindern, probieren Sie mal folgende Übung aus. Schreiben Sie drei bis vier Satzanfänge auf und bitten Sie die Lerner, die Sätze rasch zu ergänzen. Gestern war ich, gestern war ich, gestern war ich, gestern habe ich, gestern habe ich, am Wochenende fahre ich, am Wochenende fahre ich und so weiter. Die Lernenden ergänzen dann jeweils den Satz fünf bis sechs Mal, immer mit anderen Informationen über sich selbst. Auf diese Weise wird das Muster eingeprägt. Und die Lernenden denken an den Inhalt des Satzes und nicht an die Form des Satzes. Sie überlegen, was Sie sagen und nicht, wie Sie es sagen. Die Form wird dabei automatisiert. Die korrekte Form wird sozusagen auf der Tonspur abgespeichert und kann bei Bedarf einfach abgerufen werden, ohne den Umweg über die Regel. Sprachgefühl heißt also nur, das habe ich schon mal gesehen, gelesen, gesagt oder gehört. Es kommt mir bekannt vor. Dabei spielen das Hören und die häufige Wiederholung eine wichtige Rolle. Der amerikanische Spracherwerbsforscher Michael Paradis erinnert uns daran, dass wir keine Regel üben können. Wir können sie aufschreiben, nachschlagen und beim Schreiben eines Textes zum Beispiel auch anwenden. Üben können wir sie aber nicht. Eine der beliebtesten Übungsformen im Grammatikunterricht ist damit gleichzeitig die unsinnigste. Es ist eine Form, wo man sich auf die Regel konzentriert und ihre Anwendung testet, statt sie zu üben. Schauen Sie sich die folgenden Sätze einmal an, die so oder ähnlich in fast allen, leider auch neueren Sprachlehrmaterialien und Apps zu finden sind. Übung 1. Ergänzen Sie die Artikel und Präpositionen. Satz 1. Normalerweise fahre ich Fahrrad zum Deutschkurs. Satz 2. Heute bin ich... Straßenbahn gekommen. 3. Haltestelle bis Volkshochschule sind es 5 Minuten. Und so weiter. Auffällig ist bei diesen Lücken, dass gerade der schwierigste Teil jeweils im Satz, nämlich Artikel und Präpositionen, herausgenommen wurden. Für die Lerner gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können es oder sie können es nicht. Wenn sie es nicht können, werden sie das hier deutlich demonstriert bekommen. Lernen werden sie es mit dieser Übung aber auch nicht. Solche Übungen sind misserfolgsorientierte Übungen. Sie zeigen nämlich den Lernenden, was sie noch nicht können. Und sie zeigen ihnen nicht, was sie können. Die Übung erfüllt übrigens ein weiteres Merkmal schlechter Übungen. Mehrere Schwierigkeiten kommen zusammen. Und die Korrektur dauert vermutlich länger als die Übung. Warum kann man auf diese Weise nicht üben? Ganz einfach. Üben sollte man das, was man später besser können will. Wozu also sollte man lernen, grammatische Endungen in Lücken hineinzuschreiben? Hier wird einfach getestet. Es gibt nur richtig oder falsch. Sprachgefühl entsteht aber vor allem durch korrektes und schnelles Verwenden von Wörtern, Wendungen und Mustern. Das Erkennen von Regeln wird auf diese Weise vorbereitet. Und manchmal sind Regelerklärungen danach einfacher oder sogar überflüssig. Bei dem genannten Übungsbeispiel wäre es wichtig zuerst zu überlegen, was denn die Lernenden am Ende können sollen. Wenn sie lernen sollen, mit welchen Verkehrsmitteln und wie genau sie in den Kurs kommen, wenn sie das auf Deutsch sagen sollen, dann könnte man ihnen Muster wie mit der Straßenbahn, mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem Bus aufschreiben und sie anschließend danach fragen. Sie können dann die Äußerung anderer Kursteilnehmer wiedergeben und auf diese Weise konzentrieren sie sich wieder auf den Inhalt und nicht auf die Form. Durch Sprachbegleitung und Unterricht können wir auf diese Weise dabei helfen, dass korrekte sprachliche Formen verwendet werden. Sicher entstehen dabei auch Fehler, besonders bei der Übertragung dann auf andere Inhalte. Es bleibt aber immer bei dem Grundsatz, dass sich die Lernenden beim Gebrauch von Mustern auf die Inhalte konzentrieren und nicht in erster Linie auf die grammatische Form. Grammatik lernen sie sozusagen nebenbei. Beim freien Sprechen hätten sie dafür sowieso keine Zeit. Der Weg führt also vom Sprachgebrauch zum Gefühl für Korrektheit und erst dann, wenn nötig, zur bewussten Regelerkenntnis und nicht umgekehrt. Auf diesem Weg sollten wir in Lehrmaterialien und Sprachbegleitung die Lernenden unterstützen. Albert Munzer Wunder Wunderschön Fahrer